Es war noch niemand gestorben, aber sie kamen mit Flammenwerfern. Woher hätten sie es wissen sollen? Geh, erzähl es allen. Erzähl, dass es die Roten waren. Tja, scheiße. Also die Roten haben die E-Penemio ausgelöst. Oh, da habe ich jetzt das falsch verstanden. Oh krass, ein Nachtsichtgerät, wie nice ist das denn? Hä? Irgendwie hat es gerade nichts verändert, kann das sein, oder bin ich blöd? So, ich muss gerade leider kurz diesen Kontrollpunkt wiederholen, weil sich nämlich ein paar Meter weiter mein PC aufgegangen hat. Ja, und da dieses Spiel Kontrollpunkt abhängig ist, muss ich halt von hier aus nochmal neu weiterspielen. So, da ich ja jetzt schon weiß, was passiert, der Typ da kommt mir gleich entgegen. Deswegen werde ich mich jetzt hier hinten verstecken und ihn erschießen. Ne, ich bin kein Arschloch. Achso, du meinst den? Ja, der ist ein Arschloch. Stimmt. Er wird jetzt gleich hier vorne stehen, dann werde ich ihn abknallen. Und dann habe ich gleich das Spiel, die restlichen Soldaten, die hier noch so rumlaufen, abzuknallen. Also läuft hin. So, nochmal eins. Jetzt gleich kommt ein Soldat mit einer Kiste, der geht in den Zug rein. Der wird auch direkt eliminiert. Wenn er denn irgendwann kommen würde. Verzeihung erscheinen. Muss jetzt nicht unbedingt vor meinen Augen kommen. Bleibt denn der? Ah, da ist er. Genau, den meine ich. Und der wird jetzt gleich stehen bleiben. Und sterben. So, hier gab es irgendwas zu holen, genau. Und der da hinten, bei dem, als ich ihn erschossen habe, hat sich mein PC aufgehangen. Mal sehen, ob das jetzt auch der Fall ist. Nein, jetzt geht's. War anscheinend eben einfach nur ein M-Game-Bug. So, gibt's noch was zu holen? Nein. Ab hier weiß ich auch nicht mehr passiert. Das war nur diese eine kurze Szene. Oh. Bohe. Ich bin das jetzt nicht mehr passiert. Was ist jetzt? Ich bin der Mama. Ich bin der Mama mit. Und ich bin der Mama mit schЛas град Das ist einfach nicht so. Man kann ja mal das jetzt auch nicht mehr passiert. Das war nicht einfach nicht genau. Ich bin der Mama mit. Ich bin der Mama mit. Das war nicht. Das war nicht. Ich bin der Mama. Scheiße. Nein, geh durch! Und schon wurde es von einem Schleichbild zu einem Ego-Shooter. Es ging ruckzuck gegen das. Ist wirklich strategiereich, würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Naja. Oh. Tschüss. Tschüss. Lern zu schießen, du Arschloch. Ich fuck's echt ab, dass ich eben meine gesamte Munition verloren hab. Was ich da in diesem komischen in der Kirche war. Irgendwie war das ein wenig verbuggt. Jaja, wenn du was sagst. Zuerst musst du anfangen zu suchen. Wow. Sollte vielleicht ein bisschen auf meine Umgebung achten, da war wieder so eine Sprengfalle. Das ist ein wenig verbuggt. Was haben wir denn hier? Die Russen kommen, haha. Ja genau, die Russen kommen, du mich auch. Die Russen, lasst euch nicht blicken! Die Norden, marsch! Reichter Pastor! Unfall vor uns nicht! Er ist gut! Fein! Knapp nicht euch! Was machst du denn, du schweig? Reichter Pastor! Die Vernunft beäuchten sich! Ich hab mir noch keine Ahnung, wo ich bin. Ah ja. Die tun sich auch immer so schwer mit dem sterben. Also ich hab ja gehört, dass dieses Spiel, oh, Karma-Punkte vergeben soll. Je nachdem wie viele Gegner man getötet hat. Und ich glaub, ich bin da grade nicht so besonders erfolgreich, wenn's darum geht, die Leute am Leben zu lassen. nicht so schnell. Wir wollen Aufstieg auf, wir können Gesellschaft! Verdammte Schätze! Von wo? Woher soll ich das wissen? Pass auf! Hast du ihn schon gesehen? Gibt euch noch ein bisschen Mühe, meine Freunde. Oh, was ist das denn für eine Waffe? Soll ich die mal ausprobieren? Nee, komm, meine AK ist cool. Die ganzen Leichen hier überall rumliegen, meine Fresse. Ist ja nicht bereit, aber tödlich. Äh, da konnte ich was nehmen. Neuer Eintrag, das ist ja schon ewig her. So, ihr dürft wieder lesen, wie ihr es könnt. Vorbei. Die Frage ist, wo muss ich hin? Hier liegen zwar jede Menge Leichen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da dann. Oh, tschüss. Kann ich hier durch? Kann doch mal nicht durchrennen. Kamerad Lesnitzky, die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut. Das Experiment war erforderlich. Wir müssen das General Corbett nennen. Machen Sie das? Jawohl. Was ist mit der Türste? Lesnitzky hat sie gebracht. Er sagte seine Geisel für Verhandlungen mit dem Orten. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlungen die führen. Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Ergeltung... Hey! Sieht so aus, Herr Topter. Ja, der Feind ist hier. Achtung, Feind ist nah. Wo die hinlaufen. Also die sind ja ein bisschen blöd, die KI hier. Aber ich meine, die wissen ja nicht, wo ich bin. Aber trotzdem. Erstmal stundenlang nicht die Gegend laufen. Ich bin jetzt hier runtergekommen. Wo bin ich? Hallo, Sie sind hier! Ich hab das gesehen. Ich hab grad voll den komischen Move gemacht. Also sollen wir nach ihm suchen. Ja, wie geht ihr los? Vergesst nicht, euch gegenseitig decken zu gehen. Haha. Passt doch eure Ersche auf. Das ist echt... Junge. Woa. Der ist die längste Zeit in einem Stück rumgelaufen. Der ist die längste Zeit in einem Stück rumgelaufen. Oh, fuck. Überlebe ich, glaub ich, nicht. Oh, doch. Oh, ne, doch nicht. Scheiße.